hallo ihr fantastische menschen da draußen willkommen zu einer neuen retro panda quäts ich folge und heute haben wir spider-man and the x-men in a case revenge oder auch spider-man x-men allgemein abgekürzt im internet ja das spiel war ja in der letzten konsolen kost paket drin und viele haben von euch gewünscht dass ich da doch mal eine quätsich folge widme ich habe schon so meine befürchtung weil ich habe sowohl in die super nintendo version als auch in diese gameboy version immer kurz reingespielt um da so ein kleines vorschau video zu euch zu machen um das halt entsprechend in videos einzublenden und jedes mal bin ich bei den ersten schritten schon frustriert ausgestiegen ich befürchte das wird es diesmal nicht besser also die super interne version scheint zumindest was so jetzt meine ersteindrücke eingeht relativ deckungsgleich zu sein ja das spiel wurde von ajn veröffentlicht und viele von euch werden jetzt schon ja eine leichte panik im kopf haben denn der aj der enge video game nerd hat ja schon das so ein bisschen sehr beschrieben dass ajn eigentlich fast nur schlechte spiele gepublished hat es gibt natürlich auch ausnahmen klar aber die meisten sind schlecht und wir starten hier mit spider-man ich schätze mal später wird man noch x-men spielen und zwar seht ihr wir können uns hier ganz normal wegen springen grafik technisch geht in ordnung finde ich der steuerung fühlt sich so ein bisschen also knackiger sein aber könnte auch schlechter sein hier schießt ihr halt und wenn ihr nach oben drückt und schießt dann könnt ihr euch zurück nach oben ziehen hat momentan wahrscheinlich kein halt und wir haben drei leben seht ihr unten und wie ihr seht ducken bringt nichts super das ist genauso auf dieser höhe ist das ducken nichts bringt und wie hier natürlich schon so ein bisschen unten rechts das anzeigening da braucht ihr auch so ein bisschen und dass sie das gerafft habe da seht ihr wir sollten hier nach oben also wird euch immerhin eine grobe richtung angegeben dass den gegner das war zum einsammeln aber von der optik her saß und durchaus wie einer der gegner aus kann ich das einsammeln weiß ich nicht irgendwie ist so geduckt schießen fast deckungsgleich mit normalen stehen schießen oder jedenfalls so weit habe ich schon gespielt was ein gegner ja es ist ein gegner treffer feedback ist natürlich auch mist also normalerweise sollte es ja so sein dass irgendwie gegner ein bisschen blinken oder irgendwie sowas und so weiß ich gar nicht habe ich jetzt überhaupt schaden gemacht oder nicht ist immer fantastisch so ich nehme an natürlich also kurze erklärung ich habe gerade versucht im springen versucht hier diesen nach oben ich habe nämlich lang zu machen was man ja so bei spider man vermuten würde aber nein das geht nur wenn er steht warum warum geht das nicht wenn er springt was finde ich relativ intuitiv ist weil ich bin jetzt kein spider-man-film der größte aber er springt doch auch immer zuerst und schießt in seinen spinnenstrahl keine ahnung wie das heißt das heißt ich müsste jetzt hier wahrscheinlich gucken habt ihr jetzt gesehen wie die animation wie das etwas bescheuert aussah aber gut dann sind wir hier in diesem labyrinth gefangen hier kann ich auch hier die wand lang klettern gehen natürlich nicht hoch gibt es falsch haben ich bin mir gerade unsicher sonst bin ich hier unten und kann mich jetzt weiter unten durch kämpfen ist natürlich jetzt schön schön labyrinth artig gestaltet was natürlich immer fantastisch ist besonders schon so als erstes level ok ok hier also anscheinend scheint dieses lang schwingen sehr begrenzt zu sein anscheinend wie ich mal davon aus dass das nur an bestimmten stellen geht weil wenn ich hier nach oben schieße bewegt er sich immer nur so ein bisschen dann merkt er wahrscheinlich okay da ist nicht genug platz zum schwingen also ich nehme an da muss ich halt wirklich am abgrund stehen oder eben sowas und weil hier natürlich jetzt kein halt ist also wie gesagt das rum schwingen wenn ich mir spider-man vorstelle will ich überall rum schwingen und wirklich spaß haben und sehe ich jetzt nicht so und vor allem ich kleidere die wand hoch wenn ich jetzt da oben drücke geht nicht geht einfach nicht ich kann jetzt aber auch nicht vernünftig hier auf diese plattform springen weil ich denn immer ging diese plattform hier stoße jetzt ist natürlich die große frage wie komm ich jetzt hoch warum warum ist das kann ich hier das nie ich kann das hier unten auch nicht zerstören oder sowas also bin ich jetzt hier unten gefangen wenn ich jetzt hier springen drücke geht es auch nicht also spiderman verbinde ich wirklich eher mit sehr flocking bewegung und guten navigieren durch breche umgebung auch geil wenn wer springt mit zur seite drückt ihr könnt dadurch springen aber so geht es nicht ob ich genau den richtigen winkel getroffen dass sie wieder hochkommen macht spaß ok also level design ist wollen wir mal gewöhnungsbedürftig ducken ist wieder runtergefallen ist wieder den richtigen winkel ich glaube hier war war warum ist das so für mich warum es ist es gibt ja noch nicht mehr in den zeit limit wo man sagen würde okay gut man muss sich halt mit dem bewegung hier super auskennen und das gehört mit zur challenge zur aufgabe dass man hier vernünftig durch navigiert aber nein ich muss jetzt hier blöd um probieren was ist der sprungwinkel ist also keine ahnung ob es später besser wird wenn man die x-men steuert ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen aber also ihr werdet euch ihr werdet wahrscheinlich jetzt da vom video schauen und denken okay der panda der stellt sich mal wieder extrem blöd an aber spielt mal selber rein okay ich glaube das war richtig anlaufende fächern erkannte auch nicht ich habe keine relativ gut getroffen davor auch nicht vielleicht so naja ich sage mal so zehn zentimeter vorderkante also hier auch nicht ich habe euch vorgewarnt ich habe euch vorgewarnt kann ich auch klettern ein da ist natürlich die plattform im weg wo ich sonst halb durch springen kann es macht einfach keinen spaß man muss genau den punkt hier treffen hier vielleicht nein wahrscheinlich ordentlich anlauf nehmen und dann vor dass man einigermaßen durch die plattform durch springt da reicht es natürlich wie habe ich das gerade hinbekommen ich habe es mir nicht gemerkt ich idiot ohne witz ich weiß es wird im vergleich zu einer relativ kurze folge aber macht das keinen spaß also ihr könnt eure meinung zu dem spiel gerne in kommentare reinhauen aber meiner Meinung nach technisch gesehen finde ich solide kann man nicht meckern musik okay ist jetzt nicht großartig was aber es ist auch nicht mies aber wer hat sich diese streckenführung ausgedacht und dass man da wirklich so punktgenau springen muss das ist für mich kein spiderman feeling sorry also ne trotzdem danke dass ihr reingeschaltet habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag egal was ihr noch vor habt ihr lieben tschöö Bis zum nächsten Mal.